So, liebe SON-Zuschauer, also das Jobcenter in Schweinfurt ist jetzt umgezogen, hat eine neue Adresse und ich schaue jetzt gleich mal mit euch runter zu dem neuen Jobcenter. Das Jobcenter hat in den City Carré in Schweinfurt neu eröffnet. Uns wurde als Adresse der Georg-Wichtermann-Platz angegeben, aber eigentlich ist der Eingang in der Langen 10 Straße 17. Die neuen Räume haben eine ganz andere Ausstrahlung, eine viel positivere Ausstrahlung wie in dem alten Rückenbau. Untertitelung des ZDF, 2020